Leute seid ihr bereit? Ich bin wahnsinnig bereit gerade. Ey ich guck immer nur so schön ich bin wirklich voll gespannt ey. Tja selber schuld. Was willst du Bruder? Und du pinkelst mich nie wieder an mann. Ich pinkel dich gleich an. Schnauze runter jetzt. Müssen sie aber auch schon aufschließen ne? Oh man Officer es tut mir doch leid man. Was war mein Bruder gewesen? Weiter gehen. Ich hab sie nicht geschubst. Hab ich doch gesehen. Ich hab Augen hinten. Ey was bist du? Boah mach so ein Bruder ruhig. Machen gleich Cree Boys warm kackt mit dir. Wir machen gleich richtig Eskalation hier ey. Ey lass mich rein. Lass mich rein. Ey Uwe man. Guck mal. Boah ich bist du pinkelst. Du störst mich beim Kacken. Lass du das schaden. Ey Uwe man. Gib an das Kacken man. Bruder ich guck nicht. Ich hab durchfall. Hahaha Uwe. Was ist los hier? Ey Uwe man. Ey ist das deine Freundin zur Frage oder was? Tobi's lecker. Ja man das ist meine man. Nimm mal jetzt an Alter. Bruder das bist du nicht. Seid mal bist du hübsch. Jut. Sag doch nicht so. Du armst der Photoshop aber richtig. Ey ich bin richtig. Ey du Mistgebot. Ich hab Dings man. Ich bin am Catfischen. Dein Bruder siehst. Grüß ihn von mir ja. Ja mach ich. Hallo Ben. Die Sperre bekommen. Sie haben neun Punkte bekommen. Ich werde ihnen die Handschellen jetzt los. Herr Schmidt sie sind jetzt wieder ein freier Mann. Ja man. Ja. Uwe oi. Uwe oi. Let's go. Bingo? Officer hören sie mich noch. Hallo? Ah. Unterfem. Oh, ey, guck mal, guck mal, ey, ey, Leute, Leute, darf ich mithauen, darf ich mithauen? Ich will mitfahren. Ja, ist zu mir leid, ey, Leute, ich will dazugehören. Ah, Ali, ich sagte Abkürzung. Äh, Bruder, was geht? Zwei rein, zwei rein, zwei rein. Einer noch. Ja, ich hole mal gleich. Ali, komm, Ali. Ich hole ihn gleich ab, ich hole ihn gleich ab. Lol, bei mir steht noch einer draußen. Nein, 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 flieg, flieg. Ey, flieg. Ey, Alter, du bist ein Penner, Mann, ey. Flieg, 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 flieg. Fuck, hast du mich vor dir zu bringen? Ja, man fahr, ja, man fahr, 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 man fahr. Ey, was ist denn schon mit dem Auto nicht, Mann? Scheiße, Mann, ja, ja, lachen. Oh, ja. Oh, fuck. Was war denn da los, Mann? Ey, lass mich fahren, lass mich fahren. Scheiße, ey. Der ist abgestoßen. Fuck. Oh, wir sind gefickt, Mann. Komm, 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 da war noch ein Van. Sagen wir es mal so, nenn mich einfach John Boy Walton, dann passt das schon. Ich nenne dich einfach Big D, Alter. Ja, man, Big Dick. Big Dick. Den Big Dick habe ich wirklich. Ja, eben. Das war ein bisschen mir zu schätzen, ey. AK mag sowas, ne? Ich mag, ich liebe sowas. Boah, das ist ein Kopf. Fahr einfach weiterfahren. Jungs, die sind in meinem Auto. Was? Dein Ernst? Aussteigen, sofort. Du 31er. Ach, das ist ein Kopf. FIB stehen da. Wir werden nicht steigen. Kopfschmerzen. Bleiben Sie stehen. Gute Besserung an den Kopfschmerzen, Herren. Eine Person hier im Fahrzeug. Eine hinten drin. Kommen Sie bitte aus dem Fahrzeug raus. Hier spielt das FIB. Ich bin nicht da. Ich bin ein Geist. Ey, Alter, komm jetzt aus dem Fahrzeug raus, Mann. Jamme uns. Scheiße, ey. Aber kannst du kurz Musik rausmachen? Das macht er gleich, wenn er drin sitzt. Jetzt steigt er ein. Jetzt steigst du da ein. Ja, und du sagst deinen Kollegen, die sollen jetzt herkommen. Ansonsten hast du auch eine Kohle. Hast du mich verstanden? Oh, ey, au. Oh, Mann, ey. Einsteigen. Ja, Mann, warum geht das nicht, Marc? Ich habe keine Lust mehr, mit dir zu diskutieren. Ja, ich bin da drüben. Hinten einsteigen. Und sitzen bleiben. Ach, Mann, was ist hier los, Alter? Der überfährt mich, Alter. Die wollten mich auch umbringen, Junge. Ey, kurze Frage. Ey, was macht ihr mit dem Typen? Ja, ist okay. Digga, was ist der, ja? Junge, wer hat den bitte verarscht? Du bleib doch mal rot. Oh, ey, mal jetzt Anzeige. Mal jetzt Anzeige. Brr. Ah. Nimm mich mal mit. Nimm mich mal mit, bitte. Oh, wir sind so auf die Eier. Ey, das ist doch nicht sein Ernst. Ey, bitte bleib stehen. Das war nicht sein Ernst gewesen. Ja? Wenn ich komme, damit nur... Warte, warte. Ah! Ich bleib stehen, ich bleib stehen, ich bleib stehen, ich bleib stehen. Ich bleib stehen, es tut mir leid. Brr. Basta, Junge. Egal. Nee. Wenn er wiederkommt, schick ihn zu uns. Wo warst du immer süß? Oh, haha. Wow, Alter. Ja. Dann. Im Kafferraum ist null drin. Ich hab mich ja fast umgefahren. Really, nigga? Oh mein Gott. Klar nenn ich dich dann. Warum liegt... Ey, Vati, 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 steh mal auf, Alter. Ey. Steh mal auf. Am Kopf kratzen. Steh auf. Hopp. Ja, 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 ja. Okay. ARD Text im Auftrag von Funk